Und da war es nur noch eine, noch eine Partie und damit hallo oder seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Dann musst du herhalten, Hocker, dann musst du 2000 Folgen hochladen. Davon 1200 ohne eigenen Ton. Das ist eigentlich eine massive Frechheit, die 2000. Folge und die wird ohne Haus sein. Das ist echt Ubisoft. Das ist echt dünn. Vielleicht überraschen sie dich ja jetzt und... Es kommt nur nach Haus bis zur nächsten Operation. Nur nach Geisel. Aber es soll ja... 3000. Folge, die wird dann Haus. Hoffentlich das normale Haus. Da hat ein paar neue Leaks zum Tachanka-Video. Das ist schon seit 2018 Plan. Der soll sein NG als Hauptwaffe... So heißt ALDA. Die haben Waren... Und Wand-Munition soll er kriegen. Wand-Munition. Gatschlamse. Den kennen wir auch schon. Und dann soll noch... Ähm... NG als Schreitschen haben wir Twitch, ne. Hier Map-Trick und Fang geben. Wie wir in Operation wollen. Ah ja, das... Wie soll das gehen? Da entscheidet die ganze Spielerschaft vor einer Operation, welche Karte gespielt wird und welche nicht. Feinde geprägt sind. Ich bin dafür, dass Maestro seine A-Cock wieder bekommt. Vorsicht, gelber Pink ist schon jemand drin. Hauptschaftssimmer, ja, ja, ja. Böse Bubz. Läsion haben sie noch. Läsion hat ne Mine, glaube ich, im Serverraum platziert. Aber Läsion haben sie auf jeden Fall. Gleich geht das Licht aus! Gleich geht das Licht aus! Weg da! Ach komm! Wo seid ihr denn hin? Ich bin nämlich gekommen. Mann, wieso macht denn der jetzt die Garage auf, ey? Das ist so... Ach, Scheiße. Leben, ey. Mein Glück ist da raus, M-Q. Du musst... Machst du da oben ein? Mann, Goumin. Du musst auf jeden Fall eins tiefer. Ich weiß. Da oben ist Läsion dran. M-Q. Ich komm mal zu dir. Aber nicht so laut. Aber nicht so laut. Läsion ist oben raus. Das hat niemand gesehen. Nein. Telefon. Stripraum rein. Der... Da, wo er immer ist. General Ping. Bist du schon richtig? Läsion hockt auf der Treppe. Bestimmt. Auf der Treppe ist grad niemand. Okay. Okay, Läsion. Am gelben Ping zuletzt. Könnt ihr uns jetzt am Laufen? Klo hinten. Vorsicht. Halbe Minute noch. Ah. Aber es kam kein Lauf. Ja, das hatte er vor. Ein verbleibender Operator vom eigener Trupp. Ah. Eigener Trupp getötet. Noch gedrückt. Aber es kam kein Schuss mehr raus. Wer liegt denn da rum? Ruck. Das weiße da? Auf dem Boden? Ne, der hat mich doch gerade umgebracht. Da lag eine weiße Puppe auf dem Boden. Hm. Banz. Kann ich jetzt weiter mitspielen oder kann ich essen? Wie jetzt? Kannst du das nicht nebenbei? Ich bin ja keine Frau. Häng dir doch ein Stück Strick an die Decke und dann kannst du immer abbeißen. Und was war eigentlich mit meiner Tastatur? Na, die erste in der Hand. Mit deinen anderen beiden Handpaaren. Du musst doch bloß baum hinlassen und abbeißen. Du brauchst doch keine Hände dafür. Ja, aber wenn das mal, das schlägt ja dann über der Tastatur die Nase. Ja und? Ist das schlimm? Ist die dir was weg oder wie? Aus dem Keller kommt jemand. Hm, ich glaube im Keller sind sie nicht jetzt so ruhig. Na doch, meist waren sie. Corona hat eine Bombe gefunden. Ist doch ein Keller, wa? Ja, ja, ja. Jetzt kannst du's essen auf dem Klo. Na lecker. Hm. Einsatz in 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Piu, piu, piu. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Aber die haben die Kloschen vergessen. Aber die haben die Kloschen vergessen. Dieses Zurücksetzen, das ist komisch. Sprengladung wird platziert. Alle Außenkameras kaputt. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Hm. Hm. Läsion ist bei der Garage. Wo oben oder oben? Ich wollte einen Entschärfer. Ich weiß es nicht. Ich hab bloß die Waffe gesehen. Und das war die T5. Ja, das hab ich auch gesehen. Ist gar nicht oben. Ab, der ist oben. Entschärfer wurde zurückgeholt. Na, oben. Na, schießt da oben. Garage. Da hat sich ein Loch aufgemacht. In der Wand. Ist am Fenster jetzt. Sehr viel. Dann kannst du hier aufhämmern. Gelbe Ping. Garagenkamera hab ich. Ach du, oben sitzt Läsion. Ach du, oben sitzt Läsion. Ja, aber der ist glaub ich weg, weil Ash ist auch oben. Gibt's viel zu viele Seiten, von denen man angegriffen werden kann. Ba, 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 ba. Ist jemand tot. Das war egal. Über uns latscht immer noch Ash? Fragezeichen. Auf jeden Fall ist der Lärm. Ja, Ash ist nicht weg. Von der Tür rechts auf ihn, oder? Ja, runter. Die Treppe ganz runter. Gieß den Gang hinten. Da sitzt Kai. Kai ist der letzte. Er schießt da schon drauf. Hier ist bloß Pappe verstärkt. Genau da, wo Ash ist hinten im Gang. Du sitzt weit. Gucken, ob Ash aufmacht. Auf dem Band. Nee. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ich hab noch fast eine Minute. Noch ganz viele Lebenspunkte. Nicht wackeln. Ja, ist auch noch Gummin. Ich glaub's hakt. Will keiner hereinrennen? Will keiner hereinrennen? Okay. Hoffentlich kommt er rechtzeitig. Da muss langsam ankommen, der Typ. Die Sohn kommt auch. Die sollen sich beeilen? Hey. Ich hab noch einen Clou jetzt. 15 Sekunden übrig. Ich geh raus. Ich schaff's noch. Achtung. Jetzt kommt der Junker vor, dass ich mal eh überlegen soll. Blödmann. Dein Chef hat's nicht geschafft. 3.000 zufolge und eine kare Niederlage. Na, bei der 3.000 sind wir auch noch nicht. Äh, bei der 2.000, Entschuldigung. Die ist auch noch nicht dran. Die werden nicht ganz doll unterstützen, dass es eine wird. Mit mir im Team sowieso. Du bist rausgeschnitten. Ja, toll. Mit oder ohne Schere. Den Bereich sicher. Die Bomben weiterschützen. Zeit für etwas Rüstung. Geil. Anzie Sachen. Schädling online. Schädling im Einsatz. Nein. Nicht gut. Wer hier nicht geht links hat, hat grad sein Ding. Böses Auge auf Patrouille. Wart verstärkt! Immer noch viel Loch durch. Es bleiben noch 10 Sekunden. Du nicht. Nur noch 5 Sekunden. Das ist ja alles runterrieselt, ey. Natürlich haben sie die Hauptkamera schon. Wand gesichert! Köder eingesetzt! Böses Auge eingesetzt! Ich lade nach! Ich rufe meinen Begleiter. Ich hab mir eine Drohne geschnappt. Dafür, dass die Gegner deutlich führen, gehen da ganz schön viele raus. Oh, ne Granate. Nein! Das Besarg ist auch weg. Scheiße, ey. Die haben Bock. Termit haben wir auch noch. Mhm. Termit kommt von oben. Nächste Tiers auch schon offen. Klo Termit oder so? Ne, MP-Mann. Zermot zieht man an. Jetzt hab ich noch weniger Deckung. Die lösen. Klang wie die Termitwerfer. Ne, weil die nicht getötet haben. Mann. Geiße. EMP-Mann kommt bei der Jukebox rein. Aber die spieler automatisch. Ja, schießt jetzt aus böse Auge. Ach, von da. Billiardraum ist jemand. Da ist EMP-Mann. Ich dachte, da kommt die Treppe runter. Hinten beim Billiard ist EMP-Mann. Vom bösen Auge. Der Gegner über der Treppe ist jetzt EMP-Mann. Nur noch ein Gegner übrig. Der Satellit. EMP-Mann Billiard hat die letzte EMP geworfen. Achtung, er kommt jetzt vor. Rot markiert vor der Luke. Rent wieder Richtung. Nein. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Ich hab grad eine Claimer überlegt. Mit 22 HP. Was? Also, dass man mit Claimer verletzt wird, das gibt's ja auch. Normalerweise müsste man dabei sterben, aber jetzt sogar noch Lebenspunkte über? Ne, ich hatte 22 HP bevor ich... Und dann hast du gefunden? Ich denke mal, dass es eine Claimer war. Ich hab keine Strahlen gesehen. Mal im Video dann im Killfeed gucken. Ne, ich hab ja noch gelebt. Ich war ja bloß down. Ach so. Verletzt. Ach so, doch verletzt, okay. Naja, verletzt war ich. Das Ding aber so wenig abzieht, wenn du 22 vorher hattest und dann... Ja, deswegen... Ich hätte eigentlich sterben müssen. Manchmal stirbst du, manchmal überlebst du so ein Kram. Verletzt. Das ist aber echt manchmal komisch. Manchmal hast du 100 Lebenspunkte, rennst rein, bist tot. Dann volle Lebenspunkte, rennst rein, du bist verletzt und jetzt 22. Ich bin weit weg. Weg. Gibt es daran, wie sie stehen? Oder... Wo man selbst steht, wenn das Ding hochgeht. Wenn du nach zwei Stufen weiter oben warst, dann ist die Sprengung auch nicht so stark. Aber manche stellen es so hin, dass bloß ein Viertel von der Claymore quasi die Sprengung rücken. Aber wenn du mal die Kamera durchfahren denkst, da... Guckt ja kaum was durch. Die sind ja auch tödlich. Ich hab noch nicht gesehen, wie Joka leuchtet. Was ist das Ding auch? Keiner beim Haupttor? Da ist doch jemand da hinten. Och ja, genau. Joka leuchtet nicht, Joka raucht seit dem meisten. Nein! Hammermann oben, äh... Gymnastik. Nein, mach mal. Schaffeldraht platziert. M.K. hast du deine Beste? Ja. Heute bin ich mal der, der Termitmachtaufgabe abhängen. Der die Verstärkung als Barrikaden anreißt. Eine Bombe wurde von den Gegnern... Oha, da rechts und links war jemand. Scheißdreck. EMP-Mann und Termit. An der Garage. Nein. Ja, genau. Ja, ist hier auch keine Ruhe, du. Big Level da drauf. Komm, das schafft er, das schafft er, der Mozi. Nein, das schafft er nicht. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Hm, die Gegner haben am Ende zu viert gewonnen. Ich glaube, bei denen sind mehr ausgegangen als bei uns, weil bei uns ist, glaube ich, gar keiner ausgegangen. Aber gewonnen haben wir trotzdem nicht. Auch wenn wir vollständig waren. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss. Yoo-Oh-i-Oh-i Tschüss. Findet Corinthians.